Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zur 113. Episode von Huxler, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer dabei die wunderbare Hux-Müste ist Alexa. Hallo alle zusammen. Und der Hux-Master. Und es ist immer erstaunlich, wie schnell so eine Woche dann vorbei ist und es wieder Sonntag ist und wir hier in unserem kleinen familiären Studio sitzen. Und wenn ich gucke, wie viele Stunden an Podcast-Material diese Woche unter unserer Beteiligung irgendwo irgendwie entstanden sind, dann ist das eine ganze Menge. Darauf können wir gerne am Ende der Sendung nochmal eingehen. Und der Hinweis, nochmal ein paar Fakten. Zumindest mich kann man am Dienstag, also übermorgen in Karlsruhe treffen. Mehr dazu am Ende der Sendung. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. In der Story der Woche geht es diesmal um eine zugegebenermaßen etwas ältere Begebenheit. Wir reisen in die tiefen Wälder Nordamerikas und begegnen dort einem Fallensteller namens Peter Dobbley, der zunächst alleine später mit seiner Frau eben in einer Hütte in diesen Wäldern lebt. Er hat einen sehr treuen, halbwölfischen Hund, den er so als Begleiter hat auf seinen Wegen, beim Fallenstellen und so. Und eines Tages lässt er den Hund mit seinem kleinen Sohn alleine. Und der Hund hat sich angewöhnt, wenn die Eltern unterwegs sind, auf das Kind aufzupassen. Das hat auch immer super geklappt. Eines Tages aber kommt er zurück zu seiner Hütte und findet die Tür offen vor. Das ist schon mal ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Er kommt dann rein in das Gebäude und sieht die Wiege leer und blutverschmiert. Und der Hund liegt unter dem Bett, kommt dann hervorgekrabbelt, hat eine blutige Schnauze. Und Peter Dobbley ist vollkommen entsetzt und der festen Überzeugung, dass der Hund das Kind angegriffen hat und getötet hat. Anders kann er die Beweise, die er da sieht, nicht deuten. Er erschlägt in blinder Wut den Hund, schaut dann allerdings hinter das Bett und sieht da das Baby liegen, den Sohn unversehrt und lebend. Und sieht die Leiche eines großen Wolfes, der sich wohl in das Haus geschlichen hat. Der Hund hat versucht, das Kind zu verteidigen und hat den Wolf dabei getötet. Und das ist natürlich eine ganz tragische Geschichte. Er hat also den armen Hund vollkommen umsonst erschlagen und ist dann natürlich auch entsprechend entsetzt. Das ist ja furchtbar. Ja, schreckliche Geschichte. Was erzählst du denn da? Ja, ich weiß, ganz schlimme Geschichten. Vielleicht ist die aber nicht wahr. Es besteht ja noch was. Schauen wir mal. Dann machen wir jetzt erstmal weiter. Und für all diejenigen, die jetzt die Sendung nachts hören, überlegt euch gut, ob ihr weiterhören wollt. Thema der Woche Die heutige Geschichte führt uns in die Wälder in der Nähe von Beetburg bei Köln im Rheinischen. Wir schreiben das Jahr 1574 und in diesem Jahr geschah das erste Mal etwas Unvorstellbares, nämlich für diese kleine Gemeinde Beetburg, nämlich dass ein Kind verschwand und nicht mehr auftauchte. Kindersterblichkeit war zur damaligen Zeit, wie ihr euch sicherlich denken könnt, nichts Ungewöhnliches. Aber dass ein Kind, das schon aus dem Gröbsen heraus ist, eben kein Säugling und kein Kleinkind mehr, sondern laufen kann und im Wald spielen geht, nicht mehr wiederkommt, ist natürlich ein Indiz dafür, dass Schlimmes geschehen ist. In den weiteren Jahren bis 1589 wird es weitere Kinder geben, die verschwinden, insgesamt 13 Kinder und was das Gräuligste daran ist, ist die Tatsache, dass man zum Teil Reste der Leichen gefunden hat. Die wirklich grauenvoll verstümmelt sind, das heißt die Glieder sind abgerissen, die Bauchhöhle ist freigelegt, da sind Gedärme gefressen worden, offensichtlich die Kehle ist durchgebissen oder quasi herausgerissen. Das heißt also nicht nur ist es da zum schrecklichen, ja zum Verschwinden von Kindern gekommen, sondern es ist ganz offensichtlich, dass die kleine Gemeinde rund um Beetburg terrorisiert wird von einem Wesen, von dem man sehr sehr schnell annimmt, weil man diese Erklärung für sehr realistisch hält. Da werden wir dann später nochmal drauf eingehen, dass es sich um einen Wehrwolf handelt. Ja, es ist tatsächlich auch so, dass nicht nur Kinder diesem Wehrwolf zum Opfer gefallen sind, sondern auch im späteren Verlauf ein fast erwachsener junger Mann und auch zwei schwangere Frauen sind dieser Bestie zum Opfer geworden. Und wer jetzt die Hoffnung hat, dass Ruxeler Blödsinn erzählt, dem sei schon mal gesagt, dass bisher alle Fakten, die wir euch mitgeteilt haben, tatsächlich der Realität entsprechen, gut dokumentiert sind und diese Mordserie, diese grausamste Mordserie tatsächlich so geschieden ist. Da wollen wir diesmal auch direkt den Disclaimer setzen, das ist bisher keine erfundene Geschichte. Wie es dann in Detail ausschaut und dass man da natürlich die kulturwissenschaftlichen oder kulturhistorischen Gegebenheiten nicht mit den heutigen vergleichen kann unbedingt, das werden wir dann im Folgenden noch sehen. Tatsache ist aber auch, dass man 1589 schlussendlich den Grund für diese Gräueltaten entdeckt. Und wie das Ganze geschieht, kommt nun wirklich einem kleinen Wunder gleich, denn es scheint zunächst wieder zu einem weiteren tragischen Unglück zu kommen und Kindsmord zu kommen. Denn eine Gruppe von Kindern wird, die sich auf einer Wiese aufhalten, da spielen, wird wieder angegriffen von einem schrecklichen dämonischen Wesen in Wolfsgestalt. Und ein Mädchen wird aus dieser Gruppe herausgegriffen von diesem Dämon und auch ihr, weil er in die Kehle beißt und versucht also ihr die Kehle herauszureißen, wird aber von einem sehr steifen, sehr festen und undurchdringlichen Kragen, der fest um den Hals des Mädchens liegt, aufgehalten. Das Mädchen und natürlich auch die anderen Kinder schreien fürchterlich um Hilfe und die Bewohner des Dorfes werden angelockt von diesem Lärm und sehen schlussendlich jemanden, der da gezwungen ist, dann von seiner Beute abzulassen und der fliehen kann. Genau, man muss wissen, dass die Bewohner von Beetburg, von dieser kleinen Gemeinde, sich schon vor geraumer Zeit für große Hunde, Doggen zugelegt hatten, weil sie natürlich neben den Morden, die an Menschen stattgefunden haben, das haben wir noch gar nicht erwähnt, gab es auch Vieh, das getötet und zum Teil auch entweidet wurde oder ausgeweidet wurde. Und man hatte sich also schon große Hunde angelegt, um das Vieh und auch sich selber zu schützen und die beieilenden Dorfbewohner hatten halt auch ihre Hunde dabei und haben nun das Monster gesehen und sind dem Monster auf der Spur und verfolgen. Und das war ein Novum, das konnte zum ersten Mal so geschehen, dass man ihm so nahe kam, diesem Werwolf, denn vorher hat er es immer vortrefflich verstanden, zwar teilweise mitten aus einer Gruppe heraus, sich da Kinder herauszugreifen, um sie dann töten zu können, aber man ist ihm absolut nicht beigekommen. Das heißt, man hatte nicht mal die Möglichkeit, ihn zu verfolgen. Das Ganze wurde natürlich damit erklärt, dass er in Wolfsgestalt so schnell war, dass nicht mal der schnellste Windhund ihn verfolgen oder gar stellen konnte. Nun hat man aber diesen Werwolf doch verfolgen können und vor den Augen der Jäger geschieht da etwas ganz Unvorstellbares. Genau, die Hunde stellen an einer Felswand den Wolf sozusagen, er kann nicht mehr fliehen und in die Enken getrieben, verwandelt sich dieses Wesen zurück und plötzlich sehen die Verfolger einen Bewohner ihrer Gemeinde. Also dort am Boden gekrümmt in Fällen liegend und es handelt sich um den Peter Stumpf. Bei alten Namen gibt es verschiedene Überlieferungen, Stubbe Peter genannt und die Dorfbewohner sind vollkommen entsetzt, vollkommen konsterniert, denn sie hätten ja mit allem gerechnet, aber nicht, dass ein Dorfbewohner selber oder ein Bewohner ihrer Gemeinde zu das Opfer zu sein scheint. Sie nehmen Peter Stumpf mit zurück in ihre Gemeinde. Genau, wie das Ganze vonstatten gegangen ist, das steht in einer relativ langen Tradition. Wir werden natürlich nachher noch etwas zum Werwolfsglauben erzählen. Wie er das gemacht hat mit der Verwandlung ist allen eigentlich auch sofort klar, nämlich hat er sich einen Gürtel umgelegt, mithilfe dessen er sich verwandeln konnte. Diesen Gürtel jedoch findet man nicht bei ihm. Es wird dann später festgestellt, dass er ihn wohl irgendwo hat fallen lassen. Als man dann versucht, an der entsprechenden Stelle den Gürtel aufzufinden, ist er nicht mehr da. Und man ist der Meinung, dass der Teufel, der ihm den Gürtel erst gegeben hat, ihn wieder zurückgenommen hat. Die Beschreibungen von Peter Stubbel, die er dann in dem anschließenden Prozess, also zunächst mal ist man natürlich noch vorsichtig und ist sich nicht ganz sicher, ob es bei diesem Menschen, bei diesem Wesen, das man gefunden hat, tatsächlich der Bewohner ist. Man untersucht ihn also zunächst einmal. Es könnte ja auch ein Dämon sein, der die Gestalt angenommen hat. Genau. Und nachdem man dann sicher ist, dass es sich um den Bewohner der Gemeinde handelt, wird ihm der Prozess gemacht. Und da geschieht etwas Erstaunliches, den Quellen zufolge, nämlich Peter Stumpf gesteht die Taten, bevor er gefoltert wird. Üblicherweise gab es natürlich die Folterstrafe im späten 16. Jahrhundert, aber scheinbar ist das gar nicht nötig. Und er gesteht, und das ist das Grausame, sich an den 13 Kindern, vornehmlich Mädchen, vergangen zu haben, also ein Sexualstraftäter zu sein. Er beschreibt, dass er seinen eigenen Sohn erschlagen hat mit der Axt. Und sein Gehirn gegessen hat. Genau, was ihm sehr gut geschmeckt haben soll, nach seiner Aussage. Und die beiden schwangeren Frauen, die wir schon angekündigt haben, hat er getötet, ihren Leib geöffnet. Und die Kinder dann, die im Leib waren, ihres Herzensinteressen und die nach schlagenden, warmen Herzen der Kinder verspeist, das war ihm eine süße Speise. All diese Taten hat Peter Stumpf gebeichtet oder beziehungsweise zu Protokoll gegeben. Im Ansicht der Folter gestanden. Gestanden, weil er Angst vor der Folter hatte, so sagte er dann. Und natürlich kam es, wie es kommen musste, Peter Stumpf wurde am 28. Oktober 1589 schuldig gefunden und wurde dann wenige Tage später durch Rädern. Das können wir vielleicht mal kurz beschreiben. Genau, was zusätzlich noch ihm angelastet wurde und was er auch gestanden hat, war, dass er erstens Inzest begangen hat mit seiner Tochter und seiner Schwester. Er war Witwer, deswegen hatte er keine Ehefrau. Richtig. Und zudem hat er noch eine dämonische Geliebte gehabt, die ihm der Teufel selbst zugeführt habe. Stimmt, das ist immer wichtig, dass wir das vorhin mal erwähnen. Genau, du hattest es angedeutet. Er ist aufs Rad geflochten worden. Das bedeutet, oder vielmehr ins Rad geflochten worden, muss man sagen, das bedeutet, dass ihm sämtliche Gliedmaßen gebrochen worden sind. Man muss sich das so vorstellen, man hat also ein riesiges, hölzernes Rad und in die Speichen, buchstäblich, pflicht man dann den menschlichen Körper hinein. Wie unvorstellbar grausam diese Strafe ist, die man dann auch noch lebend natürlich mitbekommt als Delinquent. Das kann man sich vorstellen. Das heißt also, man wird dann wirklich in diese Speichen so hinein geflochten. Ja, zunächst bricht man eben mit einer Axt die Knochen, dass das dann schön weich und gelenkig wird, um es dann reinzuflechten. Zudem wurde ihm an zehn Stellen mit einer glühenden Zange Haut von den Knochen gerissen. Und letztendlich, ich meine, es handelt sich ja immerhin um einen Werwolf, man musste ja sicherstellen, dass er nicht zum Wiedergänger wurde. Und dann als Untoter wiederkehrte, abschließend wurde ihm noch der Kopf abgeschlagen, nachdem er die anderen Folterungen erschien hat. Der Leichnam ist dann mit dem der Tochter und der Schwester zusammen verbrannt worden. Das heißt also, auch die Tochter und die Schwester sind hingerichtet worden, mussten ihm also in den Tod folgen. Weil das Übel natürlich in der Familie war. Selbstverständlich. Der Teufel hatte ja die ganze Familie natürlich gefallen. Und als das dann geschehen war, hat man zum Schluss den noch unversehrten Kopf Peter Stumpfs oder Stubbes auf einen Pfahl gesteckt oder vielmehr auf ein Rad gesteckt, in das ein Wolf eingeritzt war. Und hat das also zur Schau gestellt, natürlich als Abschreckung und Warnung an alle Männer, sich nicht mit dem Teufel einzulassen und dann als Werwolf schreckliche Taten zu begehen. Also es war sogar ein geschnitzter, großer Wolf, der noch auf dem Rad droht und darüber dann der Kopf. Da gibt es auch einen schönen Stich, den wir entweder im Forum oder vielleicht sogar als Episodenbild benutzen werden. Diese Geschichte mag uns aus heutiger Sicht vollkommen abstrus vorkommen, machte aber vor dem Hintergrund sehr realistischer und logischer Gerichtsbarkeit absolut Sinn in der frühen Neuzeit, in der wir uns hier befinden. Das Ganze steht, obwohl es einige Neuerungen in diesem Wehrwolfsprozess gibt, in einer langen Tradition. Die ersten Wehrwolfsprozesse, deren es ungefähr zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert 250 gegeben hat, sind bereits vergangen. Das heißt, es ist nicht der erste Wehrwolfsprozess. Die ersten Prozesse haben allerdings in der Mehrzahl in Frankreich stattgefunden, wo der Wehrwolfsglaube sehr, sehr stark verbreitet war. Vielleicht können wir an der Stelle kurz einflechten, dass die Wehrwolfsprozesse auch im Rahmen der Hexenverfolgung stattfanden. Das ist ganz wichtig. Manifix, Manifikorum, also der Hexenhammer, auch dieses berühmte Werk, was dann die Gerechtsprechung im Rahmen der Hexenverfolgung festgelegt hat, befasste sich auch mit Wehrwürfen. Auch Frauen konnten laut dem Hexenhammer Wehrwolf sein. Seltener aber doch. Und wer sich dafür jetzt nochmal interessiert, an der Stelle seien nochmal zwei alte Ruxilla-Episoden empfohlen. Darauf will ich gerade einmal verweisen, bevor wir weitermachen. Nämlich die Episode Nummer 9, eine von unseren frühen Folgen, wo wir uns sehr intensiv mit der Hexenverfolgung beschäftigt haben und auch nochmal auf den Hexenhammer eingehen. Und natürlich, wer sich für Wehrwolfs generell interessiert, haben wir da ja noch einen Fall mal in unserer Frühzeit, sage ich mal, behandelt. Nämlich den Wehrwolf von Je Vendant. Habe ich es richtig ausgesprochen? Je Vaudant. Je Vaudant. Ich werde das nie hinkriegen. Das ist Folge 18 gewesen. Das mal so als Querverbindung, die kann man sich prima jetzt als Dreierwerk sozusagen mit der heutigen Folge anhören. Also ganz wichtig ist zu sagen, der Hexenhammer wird ja so heute oftmals dargestellt als so ein Werk, was so völlig vom Wahn geprägt ist, so völlig aus allem heraus sticht. Und mit jeglicher Realität nichts zu tun hat. Das mag aus unserer heutigen Sicht natürlich auch so sein. Damals jedoch war es einfach ein Instrument zur Rechtsprechung. Das heißt also, man konnte sich tatsächlich in der Prozessmachung und Prozessdurchführung auf diesen Hexenhammer stützen. Und wie du schon gesagt hast, geht es da eben nicht nur um weibliche Hexen, obwohl die natürlich die Mehrzahl der Prozesse ausmachten. Also diesen 250 Wehrwolfsprozessen steht eine Vielzahl mehr an Hexenprozessen gegenüber. Das ist also natürlich schon ein Gefälle. Ich weiß nicht, die Millionen sind. Nein, genau. Da sollte man vielleicht nochmal reinhören. Es gibt zwischen Männern und Frauen, die zum Hexer oder zur Hexe werden, durchaus Unterschiede. Die weibliche Hexe nimmt natürlich am Hexensabbat teil, verkauft dem Teufel ihre Seele, treibt Unzucht mit dem Teufel und wendet Schadenszauber an. Das heißt also, sie stört die dörfliche Gemeinschaft in jedem Fall. Sie kann auch teilweise in Tiergestalt wandeln, wobei es dann bei den Damen eher die Katzen sind und nicht die Wölfe wie bei den Männern. Der männliche Hexer wird in der Regel zum Wehrwolf. Das heißt also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder der Teufel verleiht ihm die Möglichkeit, sich eben direkt in ein Tier zu verwandeln oder bildet dann ein Luftgebilde, um ihn, das so aussieht wie ein Tier respektive ein Wolf. Oder er wirft ihm ein Fell über und er wird dann zum Wehrwolf. Oder eben, wie wir es jetzt in diesem vorliegenden Fall gesehen haben, durch einen Gürtel. Was übrigens sehr verbreiteter Glaube damals war. Das kommt uns heute komisch vor, dass man sagt, er hat vom Teufel einen Gürtel erhalten. Und wenn er die Schnalle schloss, wurde er zum Wolf. Und wenn er die Schnalle eröffnete, verwanderte er sich zurück. Das war in der damaligen Glaubenswelt fast ein Fakt, dass es so etwas gibt. Da ja, es gibt diese konkreten Beispiele und vor allen Dingen diese Verankerung im Hexenhammer natürlich noch nicht allzu lange. Zu dieser Zeit seit ungefähr 100 Jahren, möchte ich meinen. Vielleicht etwas mehr. Aber er hat natürlich dann auch schon eine entsprechende Tradition. Warum wissen wir jetzt oder warum haben wir so ausführlich diesen Fall beschrieben? Es gibt nämlich eine Besonderheit bei diesem Wehrwolfsprozess, der stattgefunden hat. Und zur Folter, da müssen wir unbedingt dran denken, dass wir dann nachher noch was zu sagen, was ja vor der Folter gestanden hat. Aber lass uns erstmal ganz kurz darauf eingehen, warum man den Fall des Peter Stubbe so plastisch schon fast hat. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Es hat zu der damaligen Zeit, gab es noch keine Bildzeitung. Oh, ich habe den bösen Namen gesagt. Aber es gab Flugschriften und Flugblätter. Das war sozusagen die Bildzeitung der damaligen Zeit. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz sagen, was es sich da genau handelt. Das mit den Begriffen ist ein bisschen schwer zu vermitteln, weil sie teilweise doppelt verwendet werden. Also eine Flugschrift, und das haben wir ja hier vorliegen, ist in der frühen Neuzeit eine etwas längere Erzählung, die auf mehreren Blättern abgedruckt dann die Runde macht, wird natürlich stark vervielfältigt. Der Buchdruck ist natürlich die Möglichkeit, Informationen schneller zu verbreiten in dieser Form. Frühe Neuzeit, sagen wir auch nochmal, das ist durchaus schon 16. Jahrhundert immer für all diejenigen, die... Ja, also es gibt viele Historiker, die sagen, so ab der Entdeckung Amerikas 1492 aufwärts kann man schon vom Ende des Mittelalters und Beginn der frühen Neuzeit sprechen. Ich als nicht historisch ausgewählter Mensch sage das immer gerne, weil ich mir ja früher Neuzeit immer so irgendwie ab 1900 vorstelle. Da reden wir ja tatsächlich ab 1492, also vielleicht auch auf 50 Jahre nicht genau, kann man sich darüber streiten, aber dass man einfach die Einordnung hat. Ja, also wie gesagt, Flugschrift ist eine etwas längere Schrift. Demgegenüber haben wir noch das Flugblatt. Das ist ein sogenannter Einblattdruck. Wie der Name schon sagt, ist das wirklich nur so ein fliegendes Blatt, was dann irgendwie so verteilt wird. Und die Geschichte zum Fall Peter Stump, Peter Stubbe, Stuppe Peter, ist in einer Flugschrift dokumentiert worden. Die deutschen Flugblätter sind nicht erhalten, aber der Fall hat eine Besonderheit, nämlich es gibt ein englisches Flugblatt, eine englische Flugschrift, Entschuldigung, jetzt fange ich auch schon an, die Begriffe durcheinander zu werfen, eine englische Flugschrift zu dem Thema, die sehr, sehr, sehr ausführlich, natürlich geprägt durch die Erfahrungswelt der damaligen Zeitung des Autors, die Geschichte von Stubbe Peter beschreibt. Wir werden euch einen Link geben, wo ihr sowohl den englischen Originaltext als auch die deutsche Übersetzung euch anschauen könnt. Und das jetzt hier vorzulesen würde sicherlich den Rahmen sprengen, weil das, na, ich würde jetzt über den Daumen gepeilt sagen, drei bis vier, die nach vier Seiten schon umfasst an Text. Das wäre mal was für die Black Sweet Stories. Könnte man vielleicht sich nochmal überlegen. Ich will aber vielleicht mal ganz kurz aus der deutschen Übersetzung, die hier im Internet vorhanden ist, von einem Heimatforscher aus der Stadt Beetburg tatsächlich, von Ernst Schopen, der im März 2000 gestorben ist. Der hat sich damals die Mühe gemacht, dieses Flugblatt zu übersetzen. Und ich werde da mal so den ersten Absatz vielleicht mal vorlesen, dass man mal so einen Eindruck davon bekommt, wie so ein Flugblatt aussehen konnte. Eine wahrhaftige Abhandlung, die das verdammenswerte Leben und den Tod eines gewissen Peter Stubbe beschreibt. Dieser war ein niederträchtiger Hexer, der als ein Wolf viele Morde verübte und dieses teuflische Verhalten 25 Jahre lang fortsetzte und alles tötete und verschlank. Männer, Frauen und Kinder. Er wurde wegen all dieser Taten verhaftet und hingerichtet am 31. Oktober in dem Ort Beetburg in der Nähe der Stadt Köln in Deutschland. Dies alles wurde buchstabengetreu übersetzt aus dem Hochdeutschen gemäß dem Flugblatt, das man in Köln druckte. Es wurde nach England gebracht durch George Boris mit der amtlichen Post und zwar am 11. Juni 1590. Boris hat tatsächlich alles sowohl gesehen als auch gehört. London gedruckt für Edward Wang. Diese Ausgabe kann gekauft werden in der Fleet Street im Hause Zuriew. Ja, es ist übrigens ganz, ganz spannend, dass ausgerechnet aus England noch diese Flugschrift erhalten ist. England selber hat, das ist wirklich bemerkenswert, so gut wie überhaupt kein Werwolfsglauben und auch keine Werwolfsprozesse. Vermutlich vor dem Hintergrund, dass der Wolf im 16. Jahrhundert dort bereits ausgerottet war. Das ist also nochmal ein ganz interessanter Faktor. Während Frankreich so das Mutterland des Werwolfsglaubens und der Prozesse ist und das dann natürlich auch nach Deutschland schwappt, ist England davon weitestgehend unberührt. Und vielleicht fand man auch vor diesem Hintergrund die Geschichte dort so exotisch und spannend und ungewöhnlich. Also es geht seitenweise weiter. Es wird sehr en detail sehr genau beschrieben, was er so getrieben hat. Und er ist natürlich, also ich gehe nochmal hier so in den vierten Absatz hinein. Deshalb wünschte er zu seinem Vergnügen, dass er seine Schlechtigkeiten ausüben könnte an Männern, Frauen und Kindern in Gestalt irgendeines wilden Tieres. Dabei aber möge er ohne Angst und Lebensgefahr bleiben und unerkannt der Verstrecker aller möglichen blutigen Unternehmungen sein, die er meinte begehen zu müssen. Der Teufel, der in ihm ein billiges Instrument erkannte, Unheil anzurechten und auch einen niederträchtigen Feend, den Begriff kennt dann der Übersetzer nicht, freute sich über den Wunsch zum Bösen und zur Zerstörung. Er gab ihm einen Gürtel. Wenn er den umgebunden hätte, würde er sofort verwandelt in die Gestalt eines gefräßigen, allesverschlingenden Wolf. Und er würde stark und mächtig sein und so weiter und so weiter. Das wird also sehr, sehr, sehr en detail eben beschrieben. Jetzt könnte man ja sagen, es gibt auch viele andere schreckliche Tiere, von denen man glauben könnte, dass Menschen deren Gestalt annehmen, um dann Schlechtes zu tun. Warum ist es ausgerechnet der Wolf? Und auch das hat schon eine lange Bedeutung. Der Wolf als Feind des Menschen ist zu dieser Zeit schon mehr als etabliert. Und zwar geht man sogar in der heutigen Sprachwissenschaft davon aus, dass das Wort Wolf vom Wort Vargus für Rechtsbrecher abstammt und nicht umgekehrt, wie man lange Zeit angenommen hat. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Also der Wolf ist das Synonym für einen schrecklichen Verbrecher, für jemanden, der die Gemeinschaft stört und ihnen sozusagen den Abgrund vor Augen führt. Das Ganze hat natürlich auch seine Wurzeln darin, dass man abhängig ist von allerlei Nutzvieh, das man hält, während die Bauern in einer ländlichen Gemeinde darauf angewiesen sind, ihre Tiere, also sprich Schweine, Kühe etc. relativ nah den Wäldern, in den Wiesen irgendwo weiden zu lassen. Teilweise sind die sogar in den Wäldern. Das heißt also, das Nutzvieh verdrängt das Beutetier des Wolfes in den Wäldern. Und damit kommt natürlich der Wolf, weil er das bejagt logischerweise, zwangsläufig den Menschen mächtig in die Quere. Und das kann natürlich nicht gut gehen. Ein weiterer Aspekt, der in der, also die Böshaftigkeit des Wolfes hast du geschildert, die in der Verwandlung liegt, ist natürlich der Fakt, dass in der damaligen Erfahrungswelt der Menschen das, was man ja heute einem psychopathischen Serienkiller mit Gewaltfantasien und offensichtlich hier in diesem Fall, wenn es denn alles so war, kannibalistischen Zügen, nicht in den Erfahrungshorizont der Menschen zu integrieren war. Also musste man sich ja irgendwas überlegen, was ein Wesen dazu bringt, so etwas zu tun. Den Wolf hast du gerade beschrieben als Übeltäter, den Teufel, das konnten die Leute nachvollziehen, das ist das Böse. Zumal eben seit dem Hexenhammer diese Dämonologie wirklich etabliert und schon fest Bestand hatte. Genau. Und somit war dann klar, wenn es denn einen Menschen, den man dann fangen konnte, solche Taten verrichtet hat, dann war er dämonisch vom Teufel geprägt und war dann ein Gestaltwander, der als Wolf diese Taten verübt hat. Und damit war das für die damaligen Menschen auch völlig logisch. Die haben, das muss man auch mal sagen, daran geglaubt. Die Priester in den Kirchen haben dementsprechend gepredigt. Insofern war das die Erfahrungswelt dieser Menschen und natürlich, egal wird es auch da, Zweifler gegeben haben, aber im Großen und Ganzen glaubte man das schon. Was ganz interessant ist, einige Jahrzehnte zuvor hat es in Frankreich einen Wehrwolfsprozess gegeben, wo ein Bettler ja sozusagen selber von sich erzählt hat, nachdem dann etwas Schreckliches getan wurde. Ja, ich war das, ich war das in Gestalt eines Wehrwolfes, dem hat man dann nicht geglaubt, den hat man für geisteskrank erklärt und in eine Anstalt gesperrt. Das ist aber eher die Ausnahme als die Regel. Normalerweise funktioniert das sehr, sehr gut, dass man dann sagt, okay, der ist vom Teufel besessen, der hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, der ist ein Wehrwolf, der muss hingerichtet werden. Was du gerade geschildert hast, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite muss man sich auch mal vor Augen führen, was für ein Sozialgefüge diese ländliche Gemeinschaft der frühen Neuzeit ist. Das sind Menschen, die auf Gedeih und Verderb quasi aufeinander angewiesen sind. Der Zusammenhalt einer solchen Gemeinschaft ist äußerst sensibel und äußerst leicht zu stören. Das kann man ganz gut belegen, da haben sich auch viele Historiker schon auseinandergesetzt damit, mit den sogenannten Rauf- und Ehrenhändeln. Das heißt also, die Ehre war ein virtuelles Gut, das jeder Mensch hatte. Das besaß eigentlich jeder, der einen gewissen Stand hatte in der Gesellschaft, schon von sich aus. Es gab auch sogenannte ehrlose Berufe, wie zum Beispiel Henker und so, aber da wollen wir an der Stelle mal, das würde jetzt zu weit finden, als darauf einzugehen. Aber grundsätzlich besaß jeder Mann und jede Frau erstmal die Ehre als Gut, aber diese Ehre konnte auch angegriffen werden. Bei den Männern geschah das oft, indem man sie in Zusammenhang mit Diebstahl gebracht hat. Das heißt also, man wurde dann irgendwie beschuldigt, was gestohlen zu haben. Das ging dem Mann dann an die Ehre. Wenn das geschah, dann musste darauf geantwortet werden. Das heißt also, man konnte nicht sagen, was du da erzählst, das interessiert mich nicht immer jetzt trotzdem weiter. Sondern man musste in irgendeiner Form darauf reagieren. Wiederum bei den Männern geschah das ganz oft, indem man sogar eine recht ritualisierte Gewalt angewendet hat. Das heißt, man konnte sich dann durchaus auch in Form von Gewalt gegen diese Anschuldigungen wehren. Tat man das nicht, war das im Prinzip ein Schuldeingeständnis. Bei Frauen ging diese Ehrenrührigkeit relativ schnell immer in den sexuellen Bereich. Das heißt also, während man den Mann irgendwie bei seinem Verhalten packte in Form von Recht oder vielmehr in Form von Achtung des Gutes anderer, ging das dann bei den Frauen so, dass sie dann sexueller Ausschweifung beschuldigt wurden. Und dieses sensible Gefüge prallt jetzt sozusagen zusammen mit dem Hexenhammer, der es sehr leicht macht, diese Gerichtsbarkeit auch zu vollstrecken in der tatsächlichen dörflichen Realität. Und was damit einherging, das war ein schlichtes Denunziantentum. Das wurde nicht nur geduldet in dem Zusammenhang, das wurde regelrecht eingefordert. Das heißt, jeder sollte so auf seinen Nachbarn ein bisschen achten. Verhält er sich richtig? Macht er irgendwie alles, was man so von ihm erwartet? Fügt er sich gut in die Gemeinschaft ein? Ist er ein Außenseiter oder nicht? Wenn da irgendwie ein Zweifel bestand, dann konnte man ganz schnell mal hergehen und den irgendwie beschuldigen. Nun war es für denjenigen verdammt schwer, diese Anschuldigung wieder loszuwerden. Genau, und jetzt kommen wir nochmal zum Abschluss des Themas. Also wir haben euch den Fall geschildert, die Vorkommnisse, die durchaus belegt sind. Es ist aber ein Restzweifel tatsächlich vorhanden, ob Peter Stubbe Peter überhaupt, also Werwolf können wir ja mal ausschließen an der Stelle, tatsächlich ein psychopathologisch erkrankter Serienmörder war. Oder sind es tatsächliche Wolfsangriffe, die dann vielleicht im Zusammenhang mit weniger und vielleicht auch weniger grausamen, tatsächlich passierten Morden gebracht wurden? Man weiß es nicht. Und es gibt so einen Aspekt an Peter Stubbe, der so ein bisschen einen ins Grübeln bringt, nämlich die Tatsache, dass Peter Stubbe Protestant war. Und im kapitolisch geprägten Kölner Raum war es natürlich so, dass der Protestant als solches sowieso schon mal ein bisschen merkwürdig war. Alexa hat auch gerade sehr schön das Denunziantentum geschildert. Das heißt also, naja, also der hatte schon mal den falschen Glauben angenommen, davon war auszugehen. Er ist denunziert worden, das wäre eine denkbare Variante, dann auch wieder und vor Gericht gestellt worden. Die Aussage, dass er vor dem Folterwerkzeug aus Angst vor Folter gestanden hat und die Gräueltaten berichtet hat, ist mit Vorsicht zu genießen. Denn das Vorführen der Folterwerkzeuge oder den Angeklagten, das Folterwerkzeug zu präsentieren, hat häufig auch schon so die Bedeutung, dass man den schon mal so ein bisschen auf der Streckbank drauflegt, damit er mal weiß, was ihn erwartet. Ja, wobei tatsächlich also schon durchaus Leute gestanden haben. Also das Vorspiel zur Folter war ja immer, erstmal zeigen, was alles mit dir gemacht wird, auch im Detail beschreiben, irgendwie wie das Ganze vonstatten geht. Und es gab tatsächlich natürlich Fälle, wo das schon ausreichte, Leute in den Wahnsinn zu treiben. Manchmal gab es aber noch mal kleine Demonstrationen schon mal am Gerät, sozusagen, bevor man wirklich anfing und so eine Streckbank. Man muss ja nicht sofort die Gliedmaßen auskugeln, man kann ja schon mal ein bisschen strecken. Das heißt, den Fall, die Flugschrift, das haben wir euch alles natürlich korrekt beschrieben, aber ob es denn tatsächlich Peter Stumpf war, der diese ganzen Morde begangen hat, oder ob er dann letztendlich doch nur unter der Folter zusammengebrochen ist und etwas gestanden hat, was gar nicht der Fall war. Man ihn vielleicht nur denunziert hatte, weil er Protestant war und das weiß man natürlich nicht. Und aus dem Rahmen viel, aus dem gesellschaftlichen. Das ist sicherlich die Frage. Ich habe vorhin noch einen Aspekt vergessen, was den Fall Peter Sturbe oder Peter Stumpf so ein bisschen ungewöhnlich macht. Und das finde ich super spannend eigentlich an dieser Geschichte, ist, dass die Verfolger tatsächlich die Verwandlung gesehen haben. Das ist eher ungewöhnlich. In vielen anderen Werwolfsprozessen läuft die ganze Entdeckung und ja auch der Beweis oder die Beweisführung über die sogenannte Sympathiewunde. Das kennt man ja auch heute noch aus den Werwolfsfilmen. Dem Werwolf wird in wölfischer Gestalt irgendwie die Hand abgeschlagen oder die Pfote vielmehr abgeschlagen. Und irgendwann findet man dann in einem Haus jemanden, der sich verdächtig gemacht hat und der hat dann wie durch Zauberhand sozusagen dann irgendwie auch eine fehlende Hand. Hat gerade irgendwie eine frische Wunde oder wie auch immer, die genau zu dem Unfall oder genau zu der Tat an dem Werwolf passt. Und darüber erfolgt dann immer die logische Verquickung irgendwie. Das muss er sein, das ist der Werwolf und dann wird die Person verhaftet. Wobei natürlich in den Quellen und in den Berichten auch unterschiedlich berichtet wird. Mal haben sie die Verwandlung da gesehen, mal sind sie um eine Kurve gebogen und sie wussten, dass die Hunde den Werwolf dort stellen konnten. Als sie um die Kurve kamen, war da eben Peter Stumpf. Das ist natürlich heutzutage alles mit großer Vorsicht zu genießen. Aber das Schöne eben ist, wir werden euch die Flugschriften, wie angekündigt schon, verlinken. Es gibt eine sehr schöne Magisterarbeit zum Thema der Werwolf auf historikon.net, die wir euch zu dem Thema verlinken können. Und noch einige andere schöne Quellen, sogar international. Also durch diese Dokumentation des Falls ist der Fall Peter Stumpf sehr, sehr bekannt geworden, dieser Werwolfsfall und gut dokumentiert. Was dann letztendlich tatsächlich da dran ist, da haben wir euch, glaube ich... Hat man nie erfahren. Ob das war oder nicht, weiß man halt nicht. Weiß man nicht, genau. Aber es ist eine schöne kleine Horrorgeschichte und vielleicht nochmal ein schöner Nachklapp zur Hexenverfolgungsfolge und zur Folge des Werwolfs in Frankreich. Achso, genau. Das Namen ich jetzt nicht sagen will, weil ich ihn sowieso wieder falsch sagen werde. Eine Sache noch übrigens, ich weiß, mir fallen tausend Sachen ein, die auch noch wichtig sind. In der Flugschrift liest man so schön, dass er von Anfang an, also dieser Peter Sturbe, dem Bösen zugeneigt war. Das hat man schon ganz früh gesehen. Das war ja immer ein ganz schlimmer Finger. Das war eigentlich nur die logische Konsequenz, dass er sich irgendwann mit dem Teufel einlassen würde. Seit jungen Jahren mit dem Teufel im Bunde. Genau, mit dem Teufel im Bunde. Und das steht in so einem faszinierenden Gegensatz zu dem, was man heute irgendwie, wenn man so Nachbarn von Verbrechern interviewt, findet. Nämlich, ja, er war immer ganz unauffällig, ein höflicher Mensch. Hätte ich ja nie gedacht, dass der mal sowas machen würde. Und natürlich dient auch dieses nachträgliche Andichten eines schlechten Lebens der Rechtfertigung eben dieser Rechtsprechung. Das ist natürlich dann nur ein Baustein dieser ganzen Prozessordnung und dient dazu, die Person insgesamt zu denunzieren und zum Verbrecher abzustempeln. Ja, damit wollen wir dann mal das Thema beenden. Wir haben euch eine schöne kleine Horrorgeschichte erzählt und euch auch die Hintergründe nochmal der Wehrwolfsverfolgung und viele Theorien zu Wehrwölfen geschildert. Das wollten wir schon lange, lange machen und haben jetzt durch den Peter-Stumm-Fall eine schöne Quelle dazu gefunden, an der man das dann exemplarisch durchexerzieren kann. Und ich würde sagen, jetzt wollen wir mal die ganz tragische Geschichte von Anfang noch auflösen. Die Auflösung Ja, hat wirklich der Fallensteller Peter Dobbley seinen Hund fälschlicherweise erschlagen, weil er dachte, er hätte den kleinen Sohn ermordet. Und in Wirklichkeit hatte er aber nur einen Wolf gestellt, der das Kind angreifen würde. Oder ist das vielleicht eine erfundene Geschichte? Ich kann euch alle beruhigen, das ist eine so alte Sage. Erleichterung macht sich breit. Ich wusste es heute wirklich nicht. Das ist ja sehr schön. Also das Ganze gibt es in so unendlich vielen Varianten, dass man gar nicht mehr feststellen kann, was jetzt irgendwie gerade so im Umlauf ist. Man weiß allerdings, dass schon Aesop eine solche Sage kannte. Da geht es eben auch um jemanden, der einen Hund erschlägt, weil er denkt, das kleine Kind ist angegriffen worden. Und dann war es aber tatsächlich nur so, dass der Hund eine Schlange getötet hat, war es in dem Fall, die das Kind angreifen wollte. Und das zeigt natürlich auch in hohem Maße, dass die Treue des Hundes, die ja wirklich so ein Topos ist, der unglaublich häufig auftaucht, der moralischen Kompetenz des Menschen sogar überlegen ist. Das heißt, in dem Fall handelt der Mensch hier vollkommen intuitiv von Wut und nicht von Nachdenken geprägt und er handelt damit falsch und untergräbt also die Treue des Hundes, der in diesem Fall ein absolut unschuldiges Opfer der menschlichen Wut wird. Aber sehr erleichternd, dass das dann doch nicht... Ja, ich bin auch froh. So, dann kommen wir nochmal ein bisschen zum bunten Teil der Sendung. Ein kesselbuntes. Ich beginne mal mit mir, vielleicht vorab, bevor wir dann auf deine Aktivitäten so kommen. Ich war diese Woche zu Gast beim Trackcast, wer den nicht kennt, ein Star Trek Podcast, der sich primär mit Next Generation beschäftigt und von drei sehr sympathischen jungen Männern gemacht und produziert wird. Und die hatten mich dann mal bei Twitter nach unserer Psychotalk-Star-Trek-Folge dazu eingeladen, dankenswerterweise. Und wir haben sehr entspannt und das war sehr, sehr nett von der Atmosphäre her über die Machbarkeit von Star Trek-Technologien gesprochen. Eigentlich ein alter Hut, aber doch auch immer wieder spannend. Und dadurch, dass es halt so ein Lockdruck-Gespräch war, vielleicht ganz hören, vielleicht für den einen oder anderen, also wer da mal reinhören mag, in die Folge 13 vom Trackcast. Und ansonsten haben die halt sowieso auch sehr viele sehr schöne Sachen gemacht in den 13 Folgen, die bisher erschienen sind. Kann man sich in jedem Fall mal reinhören, wenn man Fan von Science-Fiction beziehungsweise Star Trek ist. Das Psychotalk, gerade schon angesprochen, gestern Abend, drei Stunden live. Genau, ich hätte jetzt sagen können, du hattest Sex als Thema beim Psychotalk. Gestern Abend. Genau. Ja, drei Stunden lang, sehr richtig. Das war eine sehr schöne Sendung, wie wir selber gefunden haben. Ob euch das gefällt, müsst ihr mal selber entscheiden. Drei Herren, der Sebastian Bartoschek, Sven Rudloff und wir hatten natürlich auch zwischendurch einen weiblichen Gast in der Sendung, weil nur drei Herren und Sex, das kann ja gar nicht gut gehen. Auch eine Psychologin, nämlich Lydia Benecke, die wir zu Gast hatten, die Frau von Marc Benecke, die uns ein bisschen was zum BDSM als eine Spielart des Sexes erzählt hat. Und das war eine sehr spannende Geschichte, wo es auch nochmal um die Diagnostik, die psychologische, geht von sexuellen Störungen und allerlei sehr, sehr interessanten Zeug. Und hört da auch mal rein, gerne in die drei Stunden, wenn ihr dann Zeit habt. Und abschließend von meiner Seite noch, ich habe den Namen gerade schon gesagt, Sven Rudloff hat einen wunderbaren neuen eigenen Podcast, nämlich Viva Britannia. Und weil Sven natürlich ein Mit-Podcast in einer meiner Sendungen ist, würde ich jetzt sowieso herausstreichen, aber wir haben heute Morgen auch nochmal gemeinsam die erste Folge uns angehört, Alexa und ich. Und das ist echt richtig nett, was der da macht. Absolut, ich finde das total schön. Vor allen Dingen, ich finde es auch echt klasse, dass es so kurz und knackig ist, muss ich sagen. Also es ist wirklich geballte Information in kurzer Zeit und das kann man sich super toll zwischendurch einfach mal reinpfeifen. Es ist wie eine Sendung mit der Maus über England, immer so 12 bis 15 Minuten werden die Episoden lang sein, so ist der Plan. Und der hat so viel Wissen, weil er so mehrere Jahre in England gelebt hat, über Großbritannien, dass es einfach unfassbar viel Spaß macht. Und Alex und ich waren ja auch schon häufiger auf der britischen Insel. Ich kriege dann immer richtig Lust wieder. Da hinzufahren und man lernt aber auch ständig noch was Neues dazu. Also sehr, sehr zu empfehlen, Viva Britannia, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören und 12 Minuten zum Testen. Und ich sage euch, da werdet ihr dran angefixt bleiben, weil es einfach total nett ist, was der Sven da in seiner Sendung macht. Und du hast Freitagmorgen auch ein Interview noch geführt, ne? Ah ja, das war total klasse. Also ich habe einmal natürlich die übliche Black Sweet Stories Folge produziert. Diesmal Poe. Diesmal wieder Poe. Ich hatte mal wieder Lust, einfach ein bisschen was anderes zwischendurch. Und ich gebe es auch offen zu, ich liebe Poe einfach total. Das heißt, das wird immer wieder zwischendurch mal passieren, dass ich was von Poe lese. Und ich habe aber auch gleichzeitig vorproduziert. Ich sage natürlich noch nicht, mit wem ich da und worüber ich ein Interview geführt habe. Aber es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und ich kann ja schon mal verraten, das wird so gegen Ende Februar veröffentlicht werden, das Ganze. Genau. Wieder Autoren, die mein Buch vorstellen. Das heißt, das nächste Special ist damit in der Mache. Genau, und das ist dann auch so langsam mal deutlich, dass Black Sweet Stories so ein bisschen mehr auch sind als Olle-Kamellen, sondern so ein bisschen Literatur im Allgemeinen. Ja. Letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist Dienstag bin ich in Karlsruhe und dienstlich bin ich da unterwegs. Bin auf der LearnTech und werde am, habe ich jetzt Dienstag gesagt? Ja, ab Dienstag bin ich auf der LearnTech und Dienstagabend wird es dann eben ein Hörertreffen geben in Karlsruhe. Ich habe jetzt einen Tisch reserviert und hoffe, dass alle hinpassen. Könnte ein bisschen knapp werden, sonst müssen wir ein bisschen improvisieren. Infos dazu, wo das stattfindet in Karlsruhe, gibt es auf der Homepage. Leider bin ich da alleine und kann Alexa nicht mitnehmen, weil Alexa andersweitig verplant ist. Aber zumindest den alten Hoogsmaster könnt ihr dann im Süden in Karlsruhe mal treffen. Und dann können wir vielleicht mal das ein oder andere Gersten, Säftlein oder auch sonstige Dinge, da wo wir sind. Im Schlachthof soll es auch Absinth sogar geben, wurde mir mitgeteilt. Das ist eine recht ausführliche Absinthkarte. Da kann man dann mal zusammen ein skeptisches Getränk zu sich nehmen vielleicht. Oder wir reden über Sex. Oder Star Trek. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder eine bezaubernde Woche. Lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns nächsten Sonntag wie üblich wieder. Und bis dahin, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoaxilla ist eine Record-Shoe-Production aus dem Jahre 2013.